Hallo und herzlich willkommen zu Hause aus deiner Fitnesswelt. Mein Name ist Kai Wollinger und heute habe ich das Original-Table-Workout für dich zu Hause. Schnappe dein Handtuch und los geht's mit deinem kleinen Rohr an. Wir marschieren ganz locker, rattern Handtuch zusammen und fahren mit mir in die Seite. Du wirst ganz lang, wirst ganz groß und schwinge ein Stückchen höher. Deine Handtuch, da in die echte Hand, in die echte Hälfte, in die echte Seite. Du wirst ganz groß. Letzte Runde. Dein Arm geht weiter, du bleibst ganz fixiert. Letzten zwei für dich. Einmal holst du Schwung und wir drehen. Ganz leicht in der Beuge, Bauch ist fest. Letzten zwei und du wirst kleiner, etwas schneller. Bizeps spannen wir an. Letzten für dich vier. Zwei mehr. Und jetzt gibst du vollgas. Komm, klein. Sehr gut. Letzten zwei. Komm zur Seite. Wechsel dein Handtuch. Auch hier bist du wieder ganz groß. Und schwingen. Du bleibst fixiert. Arm geht weiter. Leicht in der Beuge, Bauchnabel nach innen. Aufgepasst. Hol mit mehr Schwung. Wir drehen. Und du bist klein und schnell. Für dich die letzten vier. Doppeltes Tempo. Bizeps spannst du an. Letztes Mal. Wasch hier ganz locker. Handtuch darfst du öffnen. Das raffst du wieder zusammen. Wir starten schulterbreit mit dem Kimpf. Wichtig für dich. Immer auf Spannung, immer auf Zug halten. Setz die Fußspitze rein. Nach vorne. Wir zetten. Schulter ist tief. Bauchnabel ist drin. Und wir pushen. Starte in Bauchnabelhöhe. Ab jetzt reiß das Handtuch durch. Nach ersten und zweiten. Wenn es für dich okay ist, kommst du ein Stückchen höher. In Richtung Musko. Letzten zwei. Mit Fußwechsel. Jetzt bleibst du vorne, rechts. Letzten vier. Aufgepasst. Bleib hier. Schieb nach vorne. Langer Weg. Weg von mir. Komm zurück. Einmal machst du das langsam. Doppelt sein. Komm. Schieb. Und rück. Deine Ellenbogen bleiben bitte oben. Schulterhöhe. Dein Stammbein ist leicht gebeugt. Und Kopf hoch. Kinn hoch. Gemeinsame acht. Sieben. Das sind vier Stück für dich. Zwei mehr. Wir bleiben vorne. Stopp. Spitze ist am Boden. Langsam beugen. Dein Knie drückst du Stück für Stück. In Bauchnabelhöhe. Schulter ist tief. Handtuch reißen durch. Nutze den Bein. Und dreifelst den Punkt. Letzten vier gemeinsam. Nur noch zwei. Locker lassen wir Tappen. Go. Fußwechsel. Starte mit mir hinz. Handtuch wird auf Spannung bringen. Zweite Runde. Und wir pushen zum Bauchnabel. Wenn das okay ist für dich. Gleich ein Stückchen höher. Ellenbogen in Schultern führen. Letzten zwei. Links. Bleibt vorne. Aufgepasst. Stopp hier. Es geht nach vorne. Langsam. Schieb weg von mir. Komm zurück. Deine Ellenbogen bleiben wir da oben. Handtuch auf Spannung. Dobby des Tempo. Go. Schieb. Vier Stück. Gemeinsam. Dann bleibst du wieder vorne. Letzten zwei. Stopp hier. Dein Knie ist dran nach oben. Zwei Variationen. Halt mal. Schau hier. Push. Natürlich für dich zu Hause. Aber am nächsten Mal. Andere Seite ebenso machbar. Du entscheidest. Oder bleib die Fußspitze tief. Für dich die letzten. Acht. Sieben. Vier Stück noch. Drei. Zwei mehr. Wir laufen. Wir lockern. Bleib in Bewegung. Öffnen die Beine. Rücken ist gerade. Hier bleibst du mit mir gemeinsam. Greif etwas mehr. Schulterbreit. Der Bizeps ist dran. Du wickelst bitte einmal nach innen. Schulter ist tief. Dein Zug nach außen. Reiß das Handtuch wieder durch. Bleib in der leichten Beuge. Rücken ist stabil. Bizeps. Beugen. Lass dir Zeit zurück. Letztes Mal langsam. Zwei nach oben. Beugen. Und sieh. Achte drauf. Handtuch hast du richtig auf Spannung. Wir legen los. Komm. Komm. Du entscheidest in Zukunft bei deinem Workout. Wie viele Wiederholungen sind wir nicht machbar. Gemeinsam haben wir acht. Sieben. Letzten vier Stück. Dann bleib bitte. In der Spannung oben. Stopp hier. Schiebe dein Gesäß nach hinten. Nimm Platz. Achte auf dein Knie. Hinter der Fußspitze. Komm nach oben zurück. Richte dich auf. Schiebe dich weit zurück. Richte dich auf. Gleich nochmal langsam. Jenseits. Nach oben. Sehr schön. Zwei in zwei. Tief. On up. Dein Rostkopf. Bitte zu mir. Letzt gemeinsam. Jetzt bleib bitte tief. Deine Arme schiebst du nach vorne. Den Zug nach außen. Den Hälsch vorbei. Schulter ist tief. Zum Leibsten. Wir gehen gemeinsam nach unten. Beugen. Denk an die Spannung. Schaffst du. Letztes Mal. Bleib tief. Wir starten in die Seite. Langsam für dich. Rechts außen. Links außen. Alles angespannt. Doppeltes Tempo. Glocker. Gemeinsame acht. Seite ist fixiert. Gemeinsame vier. Drei noch. Zwei mehr. Hast du geschafft. Nach oben aufrichten. Öffne. Obleibende Bewegung. Zieh dich ganz lang. Hals auf Spannung. Start mit deinem Hüft breit. Leicht gebeugt. Dein Handzug Stirnhöhe. Nach oben zurück. Ab nach deinem Becken. Du bist leicht vorne. Dein Rücken ist gerade. Bitte nicht ruhig hängen lassen. Doppelt so schnell. Vorteil für dich, solltest du nochmals schlitzen kommen. Gemeinsam. Acht Stück. Letzten vier, bleib oben, halte, der Kopf bleibt in der gleichen Position, du startest bitte nach hinten, den Zug, zurück, in der Kopf, nach oben, aufgepasst, geht mit Gas, auch hier schaffen wir, gemeinsam gleich unsere acht Wiederholungen, du bist startklar, los geht's, acht, bleib groß, leicht geräumt, Bauchlabel drin, du hast nur noch vier Stück, drei, zwei mehr, gemeinsam zur Seite, locker lassen, dein Handzug dafür dann die rechte Seite, deine linke Seite ist frei, du drehst dich zu der Seite, Fußspitze kommt mit, eine Richtung, dein Gewicht auf dein vorderes Bein, hinter der Ferse ist und bleibt oben, wir holen gleich Schwung, letztes Mal, wir drehen, komm, langer Weg, Bizeps anspannend, du wirst kleiner, mit der Bewegung, dein Oberkörper ein Stückchen nach vorne, deine Gänze, du entscheidest, gib mal Gas, Stufe zwei will ich, du darfst die Fußspitze gerne lösen, du entscheidest für dich, was machbar ist, du entscheidest, mit beiden Gästen nach vorne, jeder was er machen kann, acht, sieben, sechs Stück, gemeinsam vier, Arm hat Spannung, gib Gas, nur noch zwei, und locker lassen, wechsel die Seite, wechsel den Arm, du gehst zur freien Seite, Gewicht auf dein vorderes Bein, die hintere Ferse ist, du bleib nach oben, wir holen Schwung, kleiner, schneller, mehr Spannung, du entscheidest, wie weit kannst du nach vorne, du entscheidest, gibst du Vollgas, und kann die Fußspitze sogar weg, Standwaage, ganz leicht, was für dich machbar ist, die letzten, vier, drei, gib Gas, zwei, locker lassen laufen, Arm ist und relaxt, Hand muss offen, das darfst du gerne halbieren, und das rollst du dir klein zusammen, deine Bewegung, beide Hände kreuzt du, das Handzug legst du bitte an den Handballen, deine Ellbogen gehen zum Handzug hin, deine Beine hupenbreiz, dein Becken leicht nach vorne, und du drückst, und ringst das Handtuch aus, durch Druck mit Ellbogen, und mit Handballen, Becken ist leicht vorne, startet mit der einen Stufe höher, ist es für nicht machbar, ist dein Ellbogen in Schulterhöfen, jetzt kommt die Bewegung, nach oben, achte drauf, mehr nach oben, weniger nach unten, und versuch dein Ellbogen bitte immer am Handzug zu halten, letzte Übung für heute, schaffst du, immer noch nach oben, nach oben, weniger zurück, mehr nach oben, die letzten Gewaltzahl, acht, sieben, sechs, bleibt groß, fünf, vier mehr, drei noch, drei noch, zwei mehr, letztes Mal finish, und geschafft für die Arme, wir sehen uns hoffentlich bald wieder, bis dahin, machs gut, euer Kai. Dann